Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer PlayTV und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Majora's Mask 3D. Ja, meine Freunde, wir spielen heute die Bogenspiele zweimal und ja, damit es euch nicht zu langweilig wird, ich denke heute noch einmal, um das Bogenspiel schnell zu skippen, also ich muss jedes Bogenspiel zweimal machen, machen wir einen Timelapse raus. Bis gleich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, das war's mit dieser Folge von The Legend of the Majora's Mask. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.